Hallo und herzlich willkommen! Unser heutiges Thema sind die Ordinalzahlen. Ordinalzahlen beantworten die Frage, wie vielte? Zum Beispiel, erste. Schreibt man so, eins plus Punkt. Erste. Zweite. Dritte. Vierte. Fünfte. Sechste. Siebte. Achte. Neunte. Und Zehnte. Also du kannst jetzt schon mal sehen, dass wir haben die Zahl und dann Punkt danach. Gehen wir weiter. Elf mit dem Punkt lässt man Elfte. Dann kommt zwölfte, dreizehnte, vierzehnte, fünfzehnte. Jetzt versuch mal vielleicht das selbst zu schreiben. Sechzehnte, siebzehnte, siebzehnte, achtzehnte und neunzehnte. Und jetzt passt mal auf. Und jetzt passt mal auf. Zwanzig mit dem Punkt sagt man zwanzigste. Dann einundzwanzigste. Dann einundzwanzigste oder zweiundzwanzigste und so weiter. Dann dreißigste. Dann dreißigste, einunddreißigste oder zweiunddreißigste. Das gilt auch danach für vierzigste, fünfzigste, sechzigste, siebzigste, achtzigste und neunzigste. Und dann für hundert können wir ein in Klammern haben, dann einhunderterste, einhundertzweite oder neunhundertneunzigste. Mit dem tausend können wir wieder ein in Klammern haben, also tausendste oder ein tausenderste oder ein tausendzweite. Dann können wir zehntausende haben oder zum Beispiel ein in Klammern hunderttausende. Hoffentlich war das ganz hilfreich für dich und dann bitte Abo und Like, Button anklicken, Kommentar schreiben und bis nächstes Mal.